Ich gehe heute in Asiala essen, da gibt es nämlich Essen, deswegen gehe ich da rein. Ich gehe heute in Asiala essen, ich gehe heute in Asiala essen, ich gehe heute in Asiala essen. Ich gehe heute in Asiala essen, ich gehe heute in Asiala essen, ich gehe heute in Asiala essen. Ich möchte mich einmal bedanken, dass ich heute mitgebracht habe, ich mache Privatvideo. Sie hat sich bereit erklärt, ihr zu machen. Deswegen möchte ich mich bei ihr nochmal bedanken. Ein ganz kleiner Applaus dafür.